Dominik hier, moin. Na, wer von euch kennt das aus der Kameraüberwachung? Fehlalarme durch Schnee, Regen, Spinnweben, Insekten, sich schnell veränderte Lichtverhältnisse oder vorbeiziehende Wolken, was das gleiche etwa ist, und jedes Mal ein Alarm bzw. eine Aufzeichnung? Hm, ja, ich bin davon auch nicht verschont geblieben und hatte in der Vergangenheit durch die Bilderkennung bei meinen Kameras leider häufiger auch, egal wie optimiert das eingestellt ist, das Problem der Fehlalarme. Das geschieht dadurch, dass die Kamera bzw. die Überwachungsstation, je nachdem wer es macht, analysiert, ob sich Pixel in dem Bild ändern, je nachdem wie empfindlich. Umso schneller schlägt da die Kamera die Software an und meldet dadurch einen Alarm oder eben weniger. Aber prinzipiell, auch alleine Blätter sind ja kein Alarm. Der Weg daraus wäre eine Kamera mit sogenanntem Wärmesensor oder eben externen Sensor. Viele von euch haben das gefragt, gerade nach den Kameras, die ich vorgestellt habe. Hey, gibt es eine Möglichkeit, diese Fehlalarme zu umgehen? Ich habe da einen Baum, ich habe die Insekten im Sommer. Hey, das mit den Spinnweben haben wir doch bestimmt alle gehabt. Nervt total im Sommer. Ja, ich habe jetzt über vier Monate die Insta iN9008 im Test gehabt. Ganz bewusst so lange. Denn es hat gedauert, bis der Wärmesensor tatsächlich auch mit der Diskstation zusammengearbeitet hat. Und ich habe lange testen wollen im produktiven Einsatz bei mir, ob das tatsächlich so gut funktioniert. Ob die Kamera was taugt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ob ich zufrieden bin mit den Fehlalarmen und den Alarmen. Gleich nach dem Intro. Ganz schnell die technischen Daten, ohne zu langweilen. Es handelt sich um eine LAN-WLAN-IP-Kamera, eine Außenkamera, die wetterfest ist mit 1920x1080 Pixeln. Mit einem Panasonic Wide Dynamic Range Sensor. Das Ganze kann ich über die Web-Oberfläche, da kommen wir gleich noch, zu bedienen. Ich habe die Möglichkeit, Alarme anhand von Bewegungserkennung gekoppelt mit dem PIR, also Passiv-Infrarot-Wärmesensor, oder alleine durch den Passiv-Infrarot-Wärmesensor auslösen zu lassen. Zusätzlich habe ich noch ein Mikrofon verbaut, sodass ich auch bei verdächtigen Geräuschen das Ganze tun könnte. Vor dem Alarm wird schon die Aufnahme gestartet. Das heißt, bevor das Ereignis überhaupt eintritt, nimmt die Kamera das Ganze bereits eigenständig auf. Das heißt, ich brauche da erstmal keine Überwachungsstation, die das tut. Alarmbenachrichtigungen sowie Push und eine Cloud ist ebenfalls noch mit dabei. Wie ich schon sagte, die Kamera ist wetterfest. Sie ist für LAN und für WLAN geeignet und eine SD-Karte kann ich ebenfalls reintun. Wer da kein Überwachungssystem hat und auch keinen Server, kann die Cloud-Dienste, die hier in Deutschland liegen, übrigens von Insta auch nutzen, falls es interessant ist. Und das sollen erstmal die technischen Daten sein. Ein Hinweis gleich hier vorab. Das hat mir besonders gut gefallen, diese Riffelung hier. Damit kann ich die Kamera nämlich ziemlich fest arretieren. Ich hatte in der Vergangenheit etliche Kameras und Systeme. Und da ist bei einigen tatsächlich der Fall gewesen, ohne diese Riffelung hier, ist es teilweise schwer, sie zu halten. Egal, wie bombenfest ich das schraube. Denn nach fest kommt tatsächlich ab, wie ich einige Male erfahren musste. Die Kabel werden durch den Strang hier in die Kamera eingeführt, in Anführungsstrichen. Um diese anzuschließen, löse ich eine Schraube, ziehe den Mainboard-Schlitten sozusagen heraus und kann da das Netzteil sowohl als auch LAN anschließen. Apropos Netzteil. Das Netzteil ist steckbar. Das heißt, der zweite Teil des Ganzen ist beliebig verlängerbar, sollte ich das benötigen. Das am Rande erwähnt. Ebenfalls gibt es eine Heizung für diese Kamera, falls das nötig sein sollte. Gleich die Frage bezüglich PoE. Diese Kamera kann noch kein PoE. Ich hoffe, Insta bringt dieses Jahr noch eine Kamera mit gleichen Features und PoE auf den Markt. Das am Rande erwähnt. Das hier ist der Passiv-Infrarot-Wärmesensor. Hat er denn funktioniert? Das ist doch die alles entscheidende Frage. Wie gesagt, vier Monate habe ich es getestet und habe bewusst so lange gewartet, damit ich euch Ergebnisse aus Spätsommer, Herbst und Winter liefern kann. Ich hatte Fehlalarme. Allerdings nicht durch die Bewegung bzw. den Wärmesensor, vielmehr durch die Geräusche. Bei mir ist die Kamera an einer Position montiert gewesen, wo die Geräusche zu unterschiedlich waren. Das heißt, einmal von der Feuerwehr diese Alarmmeldung oder wie auch immer das heißt, da geht immer so eine Sirene los. Das einerseits. Oder laut bellende Hunde. Das hat die Kamera irritiert. Ist auch überhaupt kein Problem. Das heißt, ich habe im Endeffekt den Audioalarm abgeschaltet und mich ausschließlich auf Passiv-Infrarot verlassen. Im Spätsommer mit den Spinnweben kann man natürlich nichts machen. Zwar gibt es kein Alarm, allerdings ist das Live-Bild und das Bild im Falle einer Bewegung durch das Spinnnetz dann etwas blockiert. Das sollte man wissen. Ganz klar, das ist so meine Erfahrung. Ansonsten, wenn ein Auto mit warmem Motor hervorfahren würde, ich habe es an verschiedenen Standorten bewusst getestet, die Kamera, nicht nur an einem, dann wird das ebenfalls als Wärmequelle erkannt und wenn ich mich im Winter dick anziehe, durch die Jacke durch, werde ich ebenso als Wärmequelle erkannt. Das hat also sehr gut funktioniert und an und für sich die klassischen Federlarme wie anfangs des Videos hatte ich nicht mehr. Um jetzt mal ein bisschen auf die Bildqualität zu schauen, ich blende euch jetzt mal ein paar Live-Bilder bzw. ein paar Videos auf ein, die ich mit dieser Kamera gemacht habe, damit ihr euch so ein bisschen ein Bild machen könnt. Achtung, dieses Video hier ist in 4K und die Kamera hat 1920x1080. Das muss man an der Stelle noch berücksichtigen, deswegen auch nur im Fenster in Anführungsstrichen, damit es hier zu keinen Unschärfen kommt, weil ich das Bild vergrößert habe. Und das ist dann die Leistung der fünf verbauten Sensoren für die Nachtsicht hier. Die Kamera lässt sich selbstverständlich autark betreiben. Das heißt, alleine die Kamera mit der eingebauten SD-Karte und eventuell einem Cloud-Dienst, überhaupt kein Problem. Push funktioniert Point-to-Point bzw. auch über dünnen DNS. Ich muss also nicht irgendwelche Dienste des Herstellers nutzen, wenn ich das nicht möchte. Die einfache Einrichtung über Point-to-Point, das klappt ohne Port-Weiterleitungen. Und die kostenlose Insta-App für iOS und für Android lässt euch auf die Kamera und auf die Aufnahmen draufschauen. Wie ich gerade schon sagte, Push-Benachrichtigung, E-Mail-Benachrichtigung, kommen wir gleich noch dazu. Und wer die Kamera einbinden möchte in ein System, wie ich es zum Beispiel möchte, kann das entweder über das ONFIFT-Protokoll tun oder über einen dedizierten, in Anführungsstrichen, Treiber, eine dedizierte Schnittstelle, wie sie für die Synology Disk Station, für die Surveillance Station verfügbar ist. Die zeige ich euch noch, die Einrichtung gleich nach, denen ich jetzt die Oberfläche gezeigt habe. Schauen wir uns erstmal die Oberfläche an und ich muss auch an der Stelle sagen, es ist die zweite Insta-Kamera, die ich jetzt im Test hier habe. Auch hier ist die Oberfläche identisch und ich bin wahnsinnig begeistert, wie einfach man es machen kann. Da könnten sich andere Kamerahersteller tatsächlich mal eine Scheibe abschneiden. Oder was meint ihr jetzt ehrlich gesagt, HTML5 und diese Oberfläche kann man nicht meckern, ganz klar. So, ich habe mich hier mal auf die Web-Oberfläche aufgeschaltet. Nicht wundern, dass das Bild so leicht unscharf ist. Das liegt einfach daran, dass mein Bildschirm eine erheblich höhere Auflösung hat und das Bild hier in der Mitte nicht skaliert. Die Oberfläche ist, wie ich gerade schon sagte, extrem einfach. Das werdet ihr auch gleich sehen. Gehe ich nämlich hier zum Beispiel in die Einstellungen rein, alles auf Deutsch und für jeden meiner Ansicht nach super einfach zu bedienen. Das kennt man vom Smartphone. Diese Schalter finden sich in der gesamten Oberfläche immer wieder, entweder für an oder für aus. Ich habe überall die Hilfe. Jede Konfiguration hier ist selbstsprechend meiner Ansicht nach. Gehe ich in Multimedia rein, so kann ich den Audio einschalten, ja, ausschalten, mit einfach nein drücken, dann ist das hier auf nein. Den Audioausgang und die Mikrofonintensität einstellen. Ich meine, was will man mehr? Das gleiche gilt auch für das Video. Wer jetzt glaubt, ich bin irgendwie von Insta bezahlt worden, der täuscht, ich habe genau 0 Cent für dieses Video hier erhalten, das mal am Rande erwähnt. Die Einstellmöglichkeiten hier in den Videoeinstellungen auch selbstredend. Gleiches gilt für die Bildeinstellungen für Tag und für Nacht. Und da kommt auch, wie man gerade gesehen hat, sofort die Info, dass wir gerade im Tagmodus sind. Und sollte ich im Nachtmodus sein, dann kann ich die Werte für die Nacht umstellen. Das heißt, ich werde auch hier in der Oberfläche nicht allein gelassen, wenn ich konfiguriere, gerade wenn ich mich das erste Mal mit so einer Kamera auseinandersetze, bekomme ich gleich den Hinweis und weiß da Bescheid. Man sieht hier diesen schwarzen Fleck, der ist ganz bewusst jetzt nur für dieses Video erstmal gemacht. Ich werde das hier alles noch bis unten hin schwärzen. Das ist die sogenannte Privatsphäre. Und jetzt sieht man auch schon das bessere Bild hier. Ich kann verschiedene Bereiche festlegen, die ausgeblendet werden sollen. Nicht immer kann ich die Kamera so positionieren, dass öffentliche Bereiche nicht mit drauf sind, wie bei mir hier jetzt. Die kann ich dann mit der Privatsphäre hier einfach dauerhaft ausblenden. Das gleiche gilt für die Bild-Overlays. Möchte ich den Zeitstempel hier mit eingeblendet haben oder einen Namen, dann kann ich das an dieser Stelle tun. Die Features sind besonders interessant. Ich sagte ja schon, E-Mail kann ich einrichten inklusive verschiedenster Empfänger und einen Textinhalt. Ich kann es per FTP hochladen, wenn ich einen FTP-Server habe. Die Infrarot-Nachtsicht übrigens kann automatisch gesteuert werden, sowohl als auch mit einem festen Zeitplan. Hat bei einigen Anwendungsgebieten auf jeden Fall seine Berechtigungsstelle. Ich habe einen beleuchteten Bereich, wo nachts um 22 Uhr das Licht ausgeht. Da wäre es natürlich sinnvoll, das Ganze nicht automatisch zu machen, sondern zu sagen, hey, zack, 22 Uhr und jetzt schalte um. Das als Beispiel. Manuelle Aufnahmen, die SD-Kartensteuerung und die Status-LED habe ich bei mir beispielsweise Power-Round-WLAN ausgeschaltet. Einen Assistenten brauche ich nicht. Ich komme mal ganz kurz zum Alarm. Das ist besonders interessant. Was soll denn passieren? Was für Aktionen? Ich möchte eine E-Mail gesendet haben, auf die SD-Karte speichern, Video-Upload in die Cloud oder via FTP. Ein Bild speichern, die Auflösung. Ich kann hier alles festlegen. Ebenfalls Alarmton, das würde ich aber nicht unbedingt machen. Der ist nämlich, naja, also lassen wir lieber mal den Audio-Alarm aktivieren. Ihr seht, ich habe es jetzt deaktiviert, um die Fehlalarme bei mir an dieser Stelle mit den Hunden und so weiter zu eliminieren. Ich könnte auch die Sensitivität herunterstellen, falls doch der Audio-Alarm nötig ist. Und der Passiv-Infrarot-Wärmesensor. Der ist aktiv und ich möchte ihn jetzt mit Bereichen koppeln. Ihr habt gerade gesehen, es lief einmal so ein kleiner Hund, so ein Hündchen durch. Der wurde tatsächlich als Wärmequelle erkannt. Das soll natürlich so nicht sein, denn ich möchte ja hier hinter dem Zaun auf der rechten Seite tatsächlich meine Erkennung haben. Dann kopple ich das mit Bereichen, sage übernehmen und gehe jetzt in die Bereiche hier hinein. Ich habe das schon mal vordefiniert, das geht schneller. Ich habe den Bereich 1 hier aktiviert und ausgewählt, festgelegt, das gleiche für 2 blau, 3 grün und 4 gelb. Und jetzt wird die Wärmeerkennung tatsächlich in diesen Bereichen durchgeführt und nicht mehr da, wo ich es nicht möchte. Das bedeutet, wenn ihr eine Garage überwacht, als Beispiel an einem Parkplatz und immer das Auto an der gleichen Stelle vorfährt abends, dann würde der Alarm da nicht losgehen. Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel, was ich mir gerade aus dem Kopf ausgedacht habe. Einen Zeitplan, den habe ich auch festgelegt und zwar auch rund um die Uhr. Die Push-Benachrichtigung lege ich hier fest. Das scanne ich dann den Code mit der Insta-App und einen Alarmserver, falls ich habe. Die Aufgaben mit der Fotoserie, Videoaufnahme und das System. Man sieht schon, es ist alles so was von easy konfigurierbar. Wer erinnert sich noch an die Oberfläche anderer Kameras, die ich vorgestellt habe? Ich denke, das ist tatsächlich eins der einfachsten. Gleiches gilt übrigens für das Firmware-Update. Das wird mir hier an der Stelle angezeigt und hat bei mir dreimal sehr gut funktioniert, wo ich das gemacht habe. Und hier noch einmal die Insta-Cloud. Wen es interessiert, auf meiner Webseite habe ich alles nochmal zur Insta-Cloud gepostet. Das Ganze sitzt in Deutschland, möchte ich im Video jetzt nochmal erwähnen, dann aber auch nicht mehr. Schauen wir uns aber kurz die Konfiguration der Kamera in der Surveillance Station an. Ich bin hier jetzt auf meiner Surveillance Station angemeldet und kann in die Kamera gehen. Wie ich eine Kamera hinzufüge, das ist ganz klar ein komplettes Setup hier. Bei mir muss ich noch wählen, welche Diskstation es sein soll. Das ist bei euch unter Umständen nicht der Fall. Gehe dann auf Weiter und kann hier tatsächlich die Insta IN9008 HD auswählen. IP-Adresse hier eintragen, Name für die Kamera, dann auf Weiter und dem Assistenten folgen. Ich meine, das lassen wir mal. Ich möchte euch jetzt direkt an der Kamera das Wichtige zeigen, damit es auch mit dem Passiv-Infrarot-Sensor funktioniert. Und zwar gehe ich auf Aufnahmeeinstellungen, Zeitplan und passe es jetzt benutzerdefiniert an, wann hier eine Aufzeichnung erfolgen soll. Und zwar unter welcher Erkennung. Ich habe hier die Bewegungserkennung, die ist deaktiviert. Meine Audioerkennung, seht ihr auch, ist deaktiviert. Und dafür Passiv-Infrarot ausschließlich aktiviert, 24 Stunden am Tag. Klicke ich hier unten auf die Ereigniserkennung, dann sage ich bei dem PIR auch nach Kamera. Das muss noch aktiviert werden hier und die originalen Kameraeinstellungen beibehalten. Und genau so funktioniert die Erkennung in der Surveillance Station mit dem Passiv-Infrarot-Sensor. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die von mir bereits vorgestellte IN8015 HD. Die hat nämlich auch den Wärmesensor. Wer die noch nicht kennt, in meinem Kanal ist auch hierzu ein Review dieser Kamera vorhanden. Und ich verlinke es auch nochmal in der Videobeschreibung. Und bei mir sind hier die Fehlalarme erheblich runtergegangen. Wie ich sagte, lediglich durch Audio. Wenn ich das aktiviert hatte, ansonsten keinen Fehlalarm mehr. Viele weitere Informationen dazu habe ich noch auf meiner Webseite beschrieben, wen es interessiert. Die Links, wo ihr die Kamera bekommt, in der Videobeschreibung wie üblich. Und auf meiner Webseite, wo auch sonst. Ich persönlich, wie gesagt, habe sie viereinhalb Monate jetzt genau im Test gehabt, bevor ich dieses Video veröffentlicht habe, um keinen Schnellschuss hier zu machen. Habe auch diverse Features erstmal abgewartet, die nämlich gar nicht verfügbar waren am Anfang. Gerade der Wärmesensor und die Surveillance Station. Das war für mich ein Must, ein Muss für das Video sozusagen. Und deshalb hier etwas verspätet mein Review zur Insta IN9008. Und jetzt eure Meinung. Was haltet ihr davon? Viele Fehlalarme, keine Fehlalarme. Lohnt sich das? Der Aufpreis für den PIR-Wärmesensor? Ich bin gespannt. An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Für mich der Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.